Hier präsentieren wir die 5 beste Tischtennisschläger Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Donig Schildkröte Tischtennisschläger Waldner 3000. Das Premium Rauschen hat eine hohe Qualität mit einem Konkavin Management, das einen sicheren Halt beim Spielen bietet. Es wird über einen führenden Schläger dank hochwertiger Technologien gedacht, die für ein aggressives und auch kompromissloses beleidigendes Videospiel sorgen. Mit der Premium Organisationsfläche mit einer Schwarmdicke von 2,1 mm kommuniziert sie hohe Geschwindigkeit und hat auch mehr Selbstbeschleunigung und Leistung beim Angebot. Natürlich akzeptierte die ITTF die Oberfläche. Dank 3 Technologien ist es eines der führenden Produkte. Das Carbon Holz wurde in außergewöhnlich hoher Qualität hergestellt. Mit der ABP Technologie wird die spezifische Änderung des Balanquepunktes sowie damit die Feinabstimmung der Verbindung zwischen Zähigkeit und Steuerung verbessert. Der Griff erlaubt keine scharfen Seiten für die Hand. Nummer 4. Butterfly Erwachsene Freizeitschläger Timo Boll Die Timo Boll Fledermaus in Silber sowie mit einer Schwammdicke von 1,7 mm hat einen anatomischen Halt. Mit einem Adoligummi, der von der ITTF akzeptiert wurde, gehört er zu den besten Tischtennisschlägern. Die Dicke des Schwamms ermöglicht es dem Spieler, sehr hohe Geschwindigkeit zu trainieren, aufgrund der Tatsache, dass je dicker der Schwamm, desto mehr Leistung und auch Geschwindigkeit hat er. Dadurch entsteht auch noch mehr Spinn, so dass der Schwamm wie ein Trampolin auf dem Stock wirkt. Der Gummi ist bei der Konkurrenz erlaubt, denn die Schmetterlingsgummis garantieren ein beeindruckendes Videospiel. Mit Hilfe der Pflegebedürftigen, gibt es Kontakt mit der Hand, die bestimmte ausgezeichnete Kraftübertragung beim Stanzen sorgt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Hudora Tisch Tennis Schläger New Top Mester Die professionelle Schlägerserie von Hudora Tisch Tennis Schläger mit hoher Kontrolle, Spinn und hoher Geschwindigkeit. Zugelassen für den globalen Wettkampfsport ITTF Schläger. Es enthält ein 5-fach verklebtes Blatt aus speziellem Furnierholz, sowie eine Blechticke von 6 mm, sowie einen aus Schaumstoff hergestellten Schwamm, sowie eine Abdeckung mit Noppen auf der Inbegebung. Nummer 2. Hudora Tisch Tennis Schläger Seed Duo Dieses Seed bietet eine optimale Freizeit für Familienmitglieder, die Tisch Tennis spielen möchten. Die Johola Clubs sind mit einem hochwertigen Material, den vermeintlichen Johola Tramp Gummis, die sogar von der ITTF zugelassen sind, verklebt. Diese bestehen aus 1,7 mm Schwammdicke und sind vorzugsweise für einen Gesamtspieler geeignet. Die Furniere sind aufeinander abgestimmt, so dass sie ein maximales Gefühl für die Kugel bei guter Geschwindigkeit ermöglichen. Die Lieferung besteht aus den beiden Tischtennisschlägern mit unterschiedlichen Handguthaben. Um genau zu sein, sind sie Match Concarve sowie Top Anatomisch. Diese besteht aus 3 weißen Tischtenniskugeln und einer Aufbewahrungstasche. Und die Nummer 1 unserer Liste. Easy Room ITTF zugelassener Tischtennisschläger. Das 9-lagige Holz und auch 8-lagig Carbon bietet dem Schläger genügend Flexibilität, um zu schlagen und auch unglaublich zu verteidigen. Mit dem Sivahil Kautschuk, der tatsächlich von der ITTF akzeptiert wurde, besteht er aus extrem elastischem Produkt und ist schwammig. Dadurch ist eine hohe Druckkraft möglich und auch das Schneiden von Kugeln ist gegeben. Mit Hilfe des ergonomischen Designs wird eine höhere Kraftübertragung aufgebaut und auch das Geräusch ist besser in der Hand vorhanden. Kohlenstoff wurde verwendet, um Schweiß aufzusaugen und zu verhindern, dass es rutscht. Die DDC-Technologie sorgt für eine viel bessere Hand. Mit dem Nano-Kohlenstoff-Klebstoff kommt der Gummi nicht ab. DDC-Technologie zeigt an, dass der Kautschuk luftgetrocknet ist und es einen gemeinsamen Holzschnitt gibt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.